Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest, genau, äh Borderlands 2, nein 1, 1, mit den beiden Schwachmaten, mit den beiden Assis hier, und es lag jetzt ein bisschen bei mir, ich weiß nicht warum, bei mir auch, ich hab grad nicht 60 FPS, jetzt geht's wieder langsam, ne ich bin nach 50, bei mir sind es 60, bei mir sind es 50, ne bei mir sind es gerade 50, bei mir auch, ah schießen hilft, einmal schießen, ne geht wieder runter, ne, also wenn ich nach hinten gucke, hab ich nur noch, äh, also, ich weiß nicht, es ist ganz komisch, bin jetzt wieder bei 60, ok, ja, bei mir ist es auch, also bei mir ist es auch 56, wir werden es sowieso wahrscheinlich mit 30 FPS hochladen, weil einfach niemand Chrome benutzt, fick Chrome, wir müssen zu TK Baha, nicht zu nett, ich bin nicht einfach nur nachgelaufen, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, ich bin nur vorkehrs hergelaufen, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich bin nur vorkehrs hergelaufen, ich weiß nicht, wo es hingeht, na guck mal, Gegner, oh, das ist einfach, ich weiß noch kurz was, zzzzzzzzzzzz der ist doch noch beim Arsch der Welt der legt ne Waffe ich bin einfach schon mal zu TK Baha gelaufen oh, Bloodwing, ich liebe dich Bloodwing Fischi, weißt du, was für ein Bloodwing passiert danke einiges Pferd am Herb ja, wein ab nice Nein, Taus, es wird eingesackt. Er hat Sackgesackt. Was verstehst du? Du musst leveln. Ähm, Genauigkeit und Streuung. Ich spritze das auf Säckle. Ne, ich mach erstmal Genauigkeit und Streuung. Ähm, mach ich gleich. Das ist richtig lächerlich. Ja, das hier. Möchte ich jetzt haben. Ich wollte einfach nur schnell sein. Ja? Ja? Ah, ich liebe die Scheiß abzuschließen. Kennste doch. Rekte Kurbel. Die Scheiße ist, dass meine Sniper immer so richtig so erstmal hin und her geht. Weil, weißt du... Ich hasse das so, wenn sie bewegt. Und dann, wenn ich grad so halbwegs treffen könnte, steht einfach... Kieschi vom Gegner, dass ich ihn nicht treffen kann. Der dann Granaten abkriegt. Ja. Und wir müssen übers schwarze... Wieso? War da ins Gag? Ja. Weil du sie angelockt hast. Über das schwarze Feld neue. Oh, hi. Der ist ja süß. Und der ist ziemlich tot. Ähm, lass ihn essen. Lass ihn essen. Nein, Kieschi essen ihn nicht. Iva! Warum nicht? Manu! Spielverderber. Ich hab's gecheckt. So, Jobsuche. Abgeschlossen. Äh, falls ihr das lesen wollt, könnt ihr kurz Pause machen. Hat... Wir nehmen einfach beide an. Catch a Ride und Ticker hat weitere Arbeit. Ja. Hey, bist du der Typ, der alles umlädtet, wenn man net bitte sagt? Das Catch a Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wer schön will, wenn ihr mich drum kümmern könnt, wer macht das System nicht um meine Mutter. Geht um Skegness. Ja, Moxie. Versteht dir das wahrscheinlich noch keiner aus. Ich kenn das Spiel wahrscheinlich besser als... Ich hab jetzt mal auf Nahkamp-Angriffe geskillt, dass die, äh, Gegner verwirren. Ach, das ist wahrscheinlich Dazing verwirren. Ja, could be. Äh, wir machen jetzt erstmal die Quest Catch a Ride, denk ich mal, weil die hier ist. Ähm, komm. Ich hab nichts zu machen. Catch a Ride. Bonehead der Dieb. Schaffst du das schon? Da kriegst du eine neue MP, oder willst du MPs überhaupt benutzen? Ja, wollte ich schon ganz gerne benutzen, aber Level 2. Level 10 ist schon heftig. Oh. Die sind beide für Level 10. Wie sind die, wer ist Level 6? Hä? Hä? Normal. Hä, nein, normalerweise sollte man hier so höher sein. Jetzt hab ich gesagt, wenn man erstmal die sich nicht geht, war Quest World, da kriegen wir wahrscheinlich schon mal irgendwas rum. Alter, Fisch hier hat... Ich hab so todeerschreckt. Fisch hier hat grad beim Springen ziemlich erotisch gestöhnt. Wie fühlt ihr unser Planet, hm? Scheiße eigentlich. Wir sind spät und Liebe fürs Leben. Für Leib und Leben. Entschuldigung. Warno, Sie betreten ein Sperrgebiet. Äh, Freddy. Keshi. Ja. Spann doch mal runter. Nee. Kriegst nicht schief, meins. Geh mal genau da hin. Warno, Sie betreten ein Sperrgebiet. Huch. Ich hab irgendwie Angst. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Warno, was, da. Warno, nicht veracht. Warno, oh. Jetzt höchst ja auch durchsagen. Warno, Sie werden terminiiert. Warno, Sie werden terminiiert. Okay, dann sollten wir mal, ähm... Okay, die ist hier für Level 7, die ist hart, die können wir auch noch machen. Skar getötet und TK Barra's Bein und wie der Wind... äh, Klingblumen sagen, das machen wir in den Ball. Also wir müssen jetzt zurück in die Indie. Zurück wohin? In die Indie, die Instanz. Läuft immer so ein Geist vorbei. Schießt du grad auf sie? Nein, ich hab grad auf die CX geschossen da und Kirsch hier. Ich hab die beiden auch getroffen. Du hältst deine MP da oder seine Pistole mit einer Hand. Sieht richtig lustig aus. MP. Tis don't die, why you do this? Los, Bloodwings, things, do them! Er hat seine Things geduht. Das war überhaupt keine Anspielung auf einem bekannten YouTuber, absolut nicht. Was? Das er hat seine Things geduht. Ich muss Munition suchen. Das muss ich verstanden. Ich hab keine Munition mehr. Der Floyd? Oh mein Gott! Was? Er hat die Anspielung doch verstanden. Nicht. Weil er mal Jude sagt. Oh. Guck mal, hier ist noch ne Quest. Wo, wad wie? Alter. Der Schild ist grad nice damn Sailors. Hol ihn dir, Steam Sail. Bang ihn. Hab ich ne Vlator auf Waffe? Ich möchte nicht damit vergleichen. Ja hab ich. Ich hab mir Gesundheitsregeneration. Er ist eigentlich echt gut. Ne, meines ist besser. Du hast ihn zuerst entdeckt. Den Shut-Dubling gegönnst. Was? Fischi steht hier rum. Ja, ich gönn mir den ersten Schild. Ich gönn mir nicht den Angebotsschild. Nicht? Okay. Ne, ich hab mir den anderen gegönnt. Der auch drin war. Ich bin doch der beste Sniper. Bloodwing, thanks. Danke Bloodwing. Oh, den kann ich erst mit Level 7 benutzen. Hups. Hab ich gesehen. Also ein Level noch. Ist ja nicht so schlimm. Shotgun. Hilfe. Guck, der hier könnte besser sein. Das sind mehrere. Oh. It doesn't matter. Deine SMS-Kennnisse sind jetzt auf Level 1. Hehehehe. Ääh, was ist da am nächsten dran? Karte da. Shimona. Shimona. Ska ist irgendwie im Arsch, aber wir lassen erstmal die Datenschreiber einsam, das ist zumindest den Ersten. Die sind oben, ne? Ja. Oh, ist das süß! Ihr seid ja süß! Fickt euch! Ich dachte, was dann? Fickt eure ganz scheiß Familie! Ich hab's Gagmörder abgeschlossen. Was müssen wir denn machen? Schlecht Gags töten! Ja, wie viele? Mehr als drei. Keine Ahnung. Du hast eine Waffe gekriegt. Wer? Du, ein Dial-Repeater. Ja, das ist ein Dreckswaffe. So ein weißer. Wir spielen übrigens in der Game of the Year Edition auf Steam. Heißt mit dem neuen Patch, dass es über Steam works, der Multiplayer funktioniert und nicht mehr über Gamespy. Deshalb können wir ohne Probleme einfach so spielen. Weil ja Borderlands cool ist und die Entwickler auch und die patchen einfach mal ihr Spiel, wenn der Multiplayer-Dienst aufhört. Man hat nichts von dir verstanden, weil meine Schüsse zu laut sind. Also bei mir hat man alles gekriegt. Ja, aber ich erklär's doch nicht, wenn ich so wunderbar neu war, denn Kirsch ist ein Asi. Aber ich muss das Spielleite machen. Moment. Kann ich das hier nicht machen oder ist das schon ganz unten? Nein, das ist nicht ganz unten. Jetzt ist es ganz unten. So weit unten wie geht. So. So weit unten wie geht. Ich muss mich ganz kurz mal minuten. Äh, okay. Okay. Ah. Fick dich. Verrick. Verrick. Verrick? Ja, so spricht man jetzt in Bayern aus. Bloß halt noch ein bisschen mehr im Dialekt. Verrick. Boah, da muss ich ja verrick' gehen. Boah, da muss ich ja verrick' gehen. Boah, bayerisch, oder? Ja, bayerisch, oder? Ja, bayerisch, muss schon, bis hier keiner rost. Ja, es nervt, wenn ich diesen Angriff mache, aber er ist gut. Ja, es nervt, wenn ich diesen Angriff mache, aber er ist gut. Ah! Du Wichs. Viecher. Ich bin übrigens gewohnt von Borderlands 2 die ganze Zeit zu knifen, weil das ist auch mein Hauptskill. Ah! Weil ich Zero gespielt hab. Flieg hier rum wie noch was, die Wichser! Auf zu fliegen! Ihr seid keine Vögel! Scheiß Viecher. Identitätsstörung. Genau, genau sind das Vögel, Kieschi. Oh, okay. Die Wrecks sind Vögel. Oh, Vögel, Wrecks in der Backe. Hab ich nicht. Oh! Oh, hab ich doch. Ich seh da oben ein paar Vögel. Oh, fuck! Mein Vogel, mach things! Ahaha! Ahaha! Verpisst euch! Fick Viecher! Oh, ihr habt ne Leitmaschinen gehabt. Und lass das Gründnis-Mod da gefallen. Oh! Gut! Und will jemanden extra-Granaten-Mod haben? Äh... Ja, nehm ich. Da ich keinen hab, nehm ich. Okay, ich nehme die ja schnell mal Fishing nicht bekommen. Ne, ich bin doch kein Assi. Ich bin nur Sexist. Wollte grad sagen Freddy, er ist ja nicht du. Was? Er ist ja kein Assi. Ja, du bist der Assi. Du lootest immer alles weg. Weiß! Fuck, ich bin tot. Ja, wir sind Hölfchen. Wir sind Assi. Danke, ich brauch keine Hilfe. Ich bin ne große... ein großes Mädchen schon. Von geiler Schild nehme ich mit. Hm. Äh... Hab ich denn schon ausgewählt? Ja. Wenn du ein großes Mädchen bist, dann bist du auch schon offen für Gangbang. Offen wortwörtlich. Ja, klar. So, ich geh'n. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Rodeo. Ah! Ja! Wieder so viele! Pickt euch! Freddy nen Sniper für dich. Mit Feuerschaden. Fang gleich an, auf die Scheiß, mich einzuschlagen. Meinst du? Ich schieß langsam, mach doch nur ein bisschen mehr Schaden. Ja, aber ich mach mehr Crit-Schaden. Ich guck mich nicht mit. Alter, ein HP. Läuft bei dir, da liegen zwei Medikits. Da hinten hier noch mal. Alter, muss hier selber 7 sein. Scheiße. Hier sind nochmal welche, ne? Wo? Hier, bitte hier! Der nächste Datenschreiber, ich sag mich mal auf. Ach, da. Danke. Bitte. Wow, danke. Für die Info. Mein Computer hat's wahrscheinlich verstanden, was der da gesagt hat. Na, will jemand das MG haben, was ich hab? Also... Ja. Sturmgewehr. Ne. Ja. Wir lass' ihm. Äh... Ich wollte's mit Q wegwerfen. Okay. So... Woher hast du die? Hab ich gefunden, lag auf dem Boden. Äh, Quests waren hier. Dann würd' ich jetzt sagen... Ah, 15 Schaden, Alter. Das ist ziemlich viel. Ich hab in Borderlands mit meinem normalen Mauszeiger. Das kotzt mich ein bisschen an. Wo müssen wir hin? Ja, das... Ich weiß nicht, wo... Ich glaub, die hier ist näher dran. Okay. Ja, dann mach ich erstmal die hier. Mir ist das wurscht wie Leona. Was? Kennst du nicht Leona? Den LoL Champion? Den LoL Champion? Was zum... Also wenn's nen LoL Champion dann mit Leona gibt. Leona oder was? Leona. Die Wurst-Torte. Kennt die keiner? Nein! Kennen wir die nur in Bayern? Leona? Mann! Das ist... Das ist Fleischwurst. Ne, Fleischwurst ist lieber was anderes. Ja, hier so... So Bierschenken und so'n Scheiß. Nein, auch nicht. Bierschenken ist Bierschenken. Aber Leona ist doch... Fleischwurst ist Leona noch am ähnlichsten. Kenn die nur unter dem Mann Lionel. Messi? Wieso bin ich schon Level Up vor euch? Ja. Mortadella. Mortadella ist aber auch nochmal was anderes. Der von Mortadella kommt dem am nächsten. Kann schon sein. Wahrscheinlich nicht. Ich mag die Leona jedenfalls. Ja, Freddy, du bist ein Level vor uns, weil du nicht gestorben bist. Noch gar nicht. Nicht so wie ihr hundertmal. Du bist auch ein Sniper. Ja, ich mach gar nix. Und krieg das meiste. Und krieg Level Ups, genau. Ja, ihr rennt übrigens falsch. Mir wurscht. Wir müssen da außen rum. Ah, so viele von denen. Oh, spruch'n das Gag. Die sind stärker als wir. Wir sollten hier weggehen. Ich kann nicht. Ich lege aufm Boden. Warum. Chill' hier ein bisschen. Ich will dir helfen. Aber ich kann grad nicht. Warte. Äh. Ich hab's geschafft. Okay, ich will dich kapieren. Ich hab keine Ruhezone mehr. Ich hab keine Ruhezone mehr. Wie kann ich meine, äh, Dinge aktivieren? Okay. F3, äh, F3. Okay. Danke. Das nächste Mal weiß ich Bescheid. Ähm. Die. Piss. Äh. 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 Ich bin auch gelevelt. Schade. Einfach noch auf die Leichen einschlagen. Äh. Bin auch gelevelt. Ähm. Äh. Scheiß Wand. Fick dich. Scheiß Steine. Okay. Moog ausgerastet. Ich geh erstmal ein bisschen auf, äh, Nahkampfschaden. Und dann gehen wir am Optimus. Jetzt ist hier aus der Kirche gelevelt. Jetzt ist jeder aus der Kirche gelevelt. Joho. Wo ist das schon? Du feck dich! Oh, ich mach uns bestimmt gut mit dem dem hier Hier legt Maschinengewehr Munition und helft Und Geld Geld kriegen wir mal alle Ja, ich weiß So, Bloodwing ist wieder ready Ja, Bloodwing ist halt echt geil Bloodwing Na du Scheißviech Krieg dich Ja, reiß deinen Scheißmaul auf Fässer, schieß dich hier rein Dein Penis Riss dir ins Mund Die kotzt dir ins Mund Das geht auch Oder du kackst ihm ins Mund Nein! Shotgun Muni Was manche Leute an Nein einfach nicht verstehen Schon Alter, diese Waffe hat einfach so einen schnellen So eine schnelle Feuerrate Soll ich den Gegner pullen? Hab nicht so Shotgun Muni, Shotgun meiner Hilfe Hilfe! Weiter! Wie was? Ich hab nicht den Boss gepullt Nein, zum Glück hast du nicht den Boss gepullt Ich hab das Gefühl ich muss ein bisschen ausrasten Ja, das musst du immer Verrackst du dummer Hohesund Willi Scheiße Ich schock dich, versuche ihn mal zu standen Klappt nicht so gut Ich töte hier grad seine kleine Armee hinter ihm Also... Willi Scheiße Ich treffe ihn nicht mal Weil er immer die ganze Zeit rumportt bei mir Das nennt man Springkeji Ja, bei mir Porta Das ich aber wirklich Der wechselt so schnell Seine Locations Das kann gar nicht sein Oh, bin gefallen Ne, er ist nicht wirklich Ja, ich hebe ihn mal gleich auf Au! Los nicht, ich mach den kleinen Cut Oh, ich hab keine Munition mehr Ja Ah! Mir hat das erste Mal auch hingefallen Bin hingefallen Bin auch gefallen Ja, ich auch Ich lebe wieder Danke, Grigi Danke, Grigi Danke Fuck, ich hab keine Munition mehr Ein Matt Clips dahinten Ich hatte auch immer keine Munition mehr Da liegt eins Da liegt noch Matt hier rum, ne? Ja, danke Bitte Genau Was haben wir hier schönes? TKs Bein hab ich aufgehoben Hm Und, ja Bisschen Geld noch Und ein Matt Kid wär super Sein zweites oder sein drittes Bein eigentlich? Sein zweites, Grigi Okay Bart, deine Recks pullen? Barte, deine Recks pullen? Siehst du die? Heiner Ich glaub da hast du den nächsten Datenschreiber Aufhack Gut gepullt, Keshi Danke Danke Ich dachte, ich könnte das Turmring so mehr Ich bin tot Ähm Habt ihr tot runtergefallen? Habs überlebt Geben auch Alle tot Dähn Und man hatte bei Borderlands 2 eine Map, ne? Ja Ist mir auch drauf gefallen Ja, weil Ach, ihr habt mir gehalten, ne? Hm, also wir haben jetzt so eine Quest hier, die ist ne Klingblumensamen und die ist für Level 9, also die könnten wir schaffen Lass uns die machen Wie lang haben wir noch? Ähm, weniger als 10 Minuten Okay Äh, 56 Sekunden Aha, ja, das ist weniger als 10 Minuten, da hast du schon recht Ja, ich seh das immer, dass wir so wenig Zeit haben, wenn mein Bildschirm schwarz wird Wo Wo Fick dich, Skak Uh, kleiner Pisser Was bist du, Filner? Piss dich So Wollte ich sagen, wir beenden hier auch den Part, ne? Ja, scheiße Viecher fernst du denn, ey Ich brauch Munition Ich brauch auch Munition Ich auch Im empty Deschi, hier liegt Munition für dich Ah, danke Wo? Genau? Ah, in der Munitionspiste Okay Was ist das eigentlich? Was gibt's da auch schönes? Ah Die Sniper für dich 50 Schaden, 0,9 Feuerwehr Das ist genau die gleiche, die ich jetzt hab Oder? Und jetzt klingelt auch der Timer Ähm Ja Dann hoffe ich euch hat grad gefallen Ja Und äh Ich hoffe natürlich ihr seid auch beim nächsten Mal dabei Ja Macht's gut Leute und tschüss Haut rein, tschüss Ciao